Das Stadion, die Austria geht in Führung durch Narbekowas Vorarbeit über ein Ausgas. Die Chancen bis dahin hatte die Viener gehabt. Nach der Pause dann zwei Zoli von Peter Stöger, die die weiteren Treffer bedeuten. Hier das 2 zu 0 in der 60. Minute. Und Stöger erzielt dann auch das 3 zu 0. 10 Minuten später Fuja von der Viener wurde ausgeschlossen. Hier das 3 zu 0 in der 60.